Eines Abends Wie ein böse Menschen misshandelt, wurde er ins Tierheim gebracht. Ich habe ihn dann mein Zuhause gegeben und an folgende Zeilen gedacht. Du kleiner Hund, du bist so lieb zu uns, nach deinem Kahn uns Menschen noch treu. Wie könnt ihr Tiere und Menschen noch lieben, was wir euch täglich antun und verzeihen. Ich entschuldige mich bald für uns. 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 Es werden zu viele Hunde geschlagen, werden zu viele Hühner gequält. Es müssen zu viele Elefanten sterben, weil bei uns Menschen Geld mehr als Leben zählt. Es werden zu viele Katzen gehängt, weil wir meine Gefälle zu brauchen. Es werden zu viele Füchse gejagt, weil wir uns ihren Weg zu gerne kaufen. Oh, ich entschuldige mich bald für uns. Ich entschuldige mich bald für uns. Es werden zu viele Knochen gebrochen, werden zu viele Tierschreie erstickt. Es müssen zu viele Knochen sterben, weil der Spaß uns daran zu sehr kriegt. Es könnten zu viele Schweine sich freuen, könnten zu viele Tiere glücklich sein. Es könnten viele alte Tiere noch leben und die Erde könnte wundervoll sein. Ich entschuldige mich bald für uns. Wenn wir Menschen beginnen zu bedenken, wie viele bei uns trotz unserer Teugen gehen, dann würden wir alle zu gut fresseln können. Jedes Leben ist es dann in Frieden weg. Oh, wir Menschen, wir könnten so viel helfen, so viel Tiermut verhindern, nur wir allein. Wir könnten jeden Tag ein Leben retten, und die Erde würde glücklicher sein. Noch werden so viele Hunde geschlagen, werden so viele Hunde gequält. Noch müssen so viele Tiere wegen uns leiden, weil bei uns Menschen geht mehr als ein Tier zählt. Ich entschuldige mich bald für uns. 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 Untertitelung des ZDF, 2020